Strassenverkehrsteilnehmer, die anderen zur Rede stellen, Recht haben, sogar selbst die Strafe ausführen wollen. Da muss man immer wieder sagen, wir leben unterdessen in einer aufgeklärten Gesellschaft, die es erreicht hat, dass es alleine der Staat ist, der bei einem Delikt die Strafen verhängt und nicht ein Strassenverkehrsteilnehmer. Aber dieser Urtrieb, den anderen Belehrenzonen, das beginnt mit irgendwelchen Handzeichen, via Kopf bis zu täglichen Auseinandersetzungen, das können wir tagtäglich, spielt sich das auf den Strassen ab. Der Schimpanse in uns ist irgendwie bei allen immer noch da und im Strassenverkehr sieht man es am deutlichsten.